Aus den 60ern, 70ern und 80ern war das eine Party hier bei WDR 4. Danke nochmal, dass so viele von Ihnen mitgemacht und vor allem auch mitgefeiert haben. Wenn Sie noch mal gucken wollen, wo eigentlich die ganzen Hits gelangt sind auf der Klappanzierung, finden Sie alles bei uns im Netz.